Musik Ja, liebe Gäste, als Moderator muss man sich ja auch so einen Auftritt hier vorbereiten, ja. Und beim nächsten Stück habe ich eigentlich auch Google mal durchforstet, ja. Und wir möchten für euch die Fischerinnen vom Bodensee spielen, ja. Jetzt haben wir mal geschaut, wie viele es eigentlich Fischer hier am Bodensee gibt, Berufsfischer, ja. Anscheinend sind es wohl um die 70 Berufsfischer und darunter leider nur 5 weibliche Berufsfischer, ja. Und meine Vermutung war jetzt halt mehr mit der Recherche, da muss wohl die Fischerin vom Bodensee dabei sein. In dem Fall, gute Unterhaltung mit dem Musikverein Gäger und Tengen und der Fischerin vom Bodensee. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik So ist es ein Leben, 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 und schön war das Wort. Leben, Leben, und Leben, ganz schön, und ganz schön. Ja, liebe Gäste! Was wurde besser passend als beim Stück Ihr Weinglas in die Hand zu nehmen? Und wir singen gemeinsam ein Prosit der Gemütlichkeit! Auf geht's! Ohne Wein und ohne Weiber holt der Teufel unser Leiber! Prost! Ja, liebe Gäste! Danke!